Es ist hier, Seiler! Was ist das? Gefangen? Wird er sterben. Was ist das? Der liegende Acht. Ein Pentagramm. Ein verschmierter Kreis. Jemand hat die Mutter entführt. Und das Kind ausgesetzt. Er will die Frau, nicht das Kind. Aber warum wurde das Baby auf dem See ausgesetzt? Was ist hier?